Hallo Minecraft, willkommen zur nächsten Folge Minecraft Captive. Ja, letzte Folge waren wir richtig produktiv. Und diese Folge soll es weitergehen. Diamanten, Emerald. So, wir haben Gold, wir haben Diamanten, wir haben Redstone, wir haben Emeralde, wir haben mega viel. Und Karotten. So, jetzt müssen wir mal gucken, Achievements. Diamant, Diamant, Block, Diamonds habe ich ja. Obsidian erbauen, Enchantment Table und Overkill. Und total ist, total ist, äh, wir müssen, Moment, äh, wir müssen mal gucken, wo wir die nächsten Blöcke herkriegen. Oder können wir noch ein anderes Achievement machen? Äh, Kuchen. Leder. Bogen. Apfel. Goldapfel. Goldapfel können wir machen. Ich will jetzt nicht unbedingt schon wieder hochgehen, deshalb, äh, bleibe ich noch ein bisschen hier unten. Ihr wisst ja, da brauche ich immer so viel Zeit, bis ich hier unten bin. Ich hoffe, hier spawnt jetzt nicht viel oder was. Sonst haben wir wieder die A-Karte. Auf welcher Höhe sind wir denn hier? Äh, 12. 12. Das ist genau Diamant Level. Ist ja cool. So, äh, Goldfarmer noch ein bisschen. Wir haben 12 Blöcke, glaube ich, oben gehabt. Und dann geht's gleich weiter. Dachte gerade, das wäre nochmal ein Dungeon oder so. Aber ist nicht. Na, Holzhammer. Doch, ein Holzhammer hier unten. Da ist es. Das nehmen wir mit. Dann machen wir mal einen anderen Block hin. So. Hä? So. Mein ultra geiler Weg hier nach oben. Der ist so mob-proofed. Äh, so. Äh, Diamant. Äh, Gold. Sim, genau. So. Oh, da ist ein Zombie. Irgendwo. Egal. Äh, Diamant. Apfel. Kein Apfel hier. Schande. Äh, dann. Äh, welches Achievement können wir noch machen? Äh, On-Railer haben wir gemacht. Äh, Meta. Meta kommt als nächstes. Wenn wir... Ah, warte, warte, warte. Ich kann noch... Ich kann noch ein Achievement machen. Ich glaube, eine Dia-Spitzhacke ist nur ein Achievement. Achtung. Nein. Äh. Irgendwo hatten wir auch mal einen Eimer. Aber ich glaube, der ist irgendwann mal... Irgendwann mal draufgegangen. Ähm. Wir hauen da nochmal Eisen hier rein. Ja, da ist irgendwo ein Zombie. Aber vielleicht hängt der da oben irgendwo in der Wand drin. Hier unten ist nämlich... Keiner. Zumindest sehe ich da gerade keinen. Oh, meine Augen strengen sich an, um durch das komische Gewirb von Blöcken zu kommen. Ich soll vielleicht nicht mit der Diamants-Spitzhacke hier das Ding abbauen. Äh, ist auch doof, jetzt nochmal ein Crafting-Table zu bauen, weil so viele Ressourcen haben wir hier unten nicht. Nicht verschwenden, ja. Damit wir den Ressourcen haushalten. Und Diamanten farben. So viele Diamanten brauchen wir, glaube ich, hier gar nicht. Dass man jetzt... Ah doch, wir brauchen Diamantblöcke. Ah, das ist auch so ein Ding. Genau. Diese, ähm, Monuments. Ah, wir können uns wackeln. Ich hab's immer noch nicht umgestellt. Äh, beziehungsweise bearbeitet irgendwie mit dem, äh, hier, äh, mit dem, 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 mit dem Crafting-Feld. Das müssen wir mal unbedingt noch machen. Irgendwann. Wahrscheinlich, wenn Captain from ist oder so. Aber das, äh, äh, das Texture-Pack gefällt mir sehr gut. So, wir gucken mal nach oben zum Eisen. Und der Aufgang hier gefällt mir immer mehr. Ups. So, Eisen auch fertig. Okay, okay. Sehr cool. Dann nehmen wir das ganze Zeug hier. Ah, hier ist ein Wasseralmer. Wir nehmen das alles mal mit. Das brauchen wir nicht unbedingt. Wir haben Pirze, Mushrooms. Oh, wir können uns... Oh, wir können uns was zu essen machen. So, wir haben voll. Wir brauchen nicht zu essen. Warte mal, das Holz lasse ich hier unten. Das können wir das nächste Mal benutzen. Ein bisschen Kohle lassen wir auch hier. Das Schwert brauchen wir auch nicht oben. Die Spitzsage auch nicht. Aber wir können auch was anderes machen. Ähm... Ich werde hier mal... Auf dem Weg nach oben werde ich hier ein bisschen ausbauen. Oh, da steht ein Zombie. Aber der kann hier nicht. Doch, der kann hier durch. Ähm... Machen wir hier zu. Guck, da kommt er schon. Er hat gerochen, dass ich hier lang will. Ist da noch ein Raum? Oh, ja, klar. Gleich zwei. Noch einer. Und noch einer. Hau ruck. Äh, hau zu. Hau die Partner. Ah, stirbt. Stirbt. Der mit Rüstung hält weniger aus, wie der ohne Rüstung. Ist ja auch interessant. So, jetzt gucken wir mal, wo die ganzen Zombies herkommen. Oder ob wir hier noch irgendwo eine Chest finden. Da ist nichts. Da ist noch mal eine Tür mit Chest. Okay. Nein. So. Ah, da ist Lava. Ja, aber die brauchen wir fürs Portal. So. So. Äh, ein bisschen eine krasse Umstellung, wenn man, äh, grad... Bin grad gar nicht sicher. Doch, hier muss noch eins höher. Und, äh, ich denke, wir werden es schaffen, dass wir oben noch, äh, ein, zwei Achievements machen. Äh, dunkel. Äh, kann natürlich sein, dass wir jetzt wieder irgendwelche Chests ausgebuddelt haben. Vielleicht auch noch eine. Weiß nichts. Warum ist das hier so kurz? Irgendwo sind hier noch Zombies. Ich glaub, die Chest habe ich schon... Ah, ja, das war die von unten. Gut, dann gehen wir jetzt mal nach oben. Dunkel. Dunkel ist nicht gut. So. Hier weiß ich immer noch nicht, was ich machen muss. Wenn ihr wisst, was ich da tun muss, schreibt's mir bitte mal in die Kommentare. Bitte, bitte, bitte. Ich hoffe mal, ich hab das nicht so weit kaputt gemacht, dass das gar nicht mehr geht. Sondern, äh, wie gesagt, dass es, äh, dass es hier noch geht. So, da ist noch eine Chest. Da hinten war, glaub ich, auch eine. Irgendwo war hier noch mal eine. So, immer, immer schön ausleuchten, 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 ausleuchten. Ähm, ne, boah, jetzt sag ich, ich fall da runter. So. Dauert natürlich eine Weile, bis ich da oben bin, wenn ich hier immer alle, alle Blöcke nochmal abbauen muss. Aber, dafür komme ich, äh, zukünftig deutlich schneller hier runter. Weil ich mir eben nicht gerne seinen Kopfstoß. Und deshalb macht es einfach trotzdem Sinn, was ich hier mache. Da ist die Spitzacke wieder gut. Oh, hallo. Schau doch mal her. Ja, cool. Fein. Wär auch cool, wenn du vielleicht, so, mal ein bisschen tropfst, oder so. Oh. Hä? Ich habe einen gekillt und zwei kommen wieder. Komisch. Ach, die kam von hier oben. Oh. Scheiße. Hau ab, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. Oh, der hat einen verzauberten Bogen. Hm, Inventar voll. Egal. Äh, das war jetzt, äh, bisschen ungeschickt. So. Äh, das brauchen wir nicht. Halt. Das wollen wir auch nicht. Ja, halt. So viel Cobblestone brauchen wir auch nicht. Weg damit. Boah. 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 Alter, wie, wie intelligent sind die Mobs hier? Der ist extra nach hinten gegangen, damit er mich treffen kann. Das ist ja eine Ratte, ist doch das. Ups, wäre jetzt nicht ausgemacht. Äh, weg damit. Weg damit. Ja, ist ja gut. Haben wir noch, äh, gut, haben wir gut gemacht. Wir haben alles Holz unten gelassen. Oh, ich glaube, den soll ich nicht erbauen. Und wenn, dann von dieser Seite. Ne. Gut, lassen wir, lassen wir das doch. Lassen wir das doch. So, wir gehen jetzt nach oben, äh, harten Klee. Na, vielleicht gibt's hier noch irgendwo nen Chest. Da hinten ist noch eine. Vielleicht in der Richtung. Na toll, jetzt müssen wir die Dia-Spitzhacke benutzen. Und wir haben keine, keine, äh, Dings da. Okay. Äh, ist egal. Brauchen wir jetzt nicht. Wir können oben ein paar Achievements machen. Ich hoffe, dass ich da noch, äh, ein Ding hab. Ein Apfel. Ein Apfel wäre nämlich sehr nice. Oh, da steht auch wieder ne Chest. Die können wir alle. Wir können, wir können nächste Folge hier richtig viele Chests öffnen. Jawoll. Die hab ich schon geplündert. Äh, wir hauen mal hier Cuddleston rein. Ne, Zombie Brains. Ich weiß zwar nicht, weshalb ich die brauchen sollte, aber... Nehmen wir mal mit. Nehmen wir mal mit. Gut, hier ist nichts mehr. Nein. Ach, egal. Hä? Geht nicht. Geht auch nicht. Schnell abbauen, dass da keiner hier mir hinterher kommt. Gut, 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 gut. So. Jetzt sind wir gleich oben. Ja, ich hab grad richtig Bock auf Captive. Irgendwie. Ja, nachdem ich jetzt unten, äh... Boom. Nachdem ich jetzt unten mal ein bisschen vorangekommen bin. Was haben wir hier? Ich kann die Leiter nicht... Leider nicht... Oh. 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 Ist ja... Ist ja... Ist ja doll. Gold Nuggets. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Alles mitnehmen. Oh, noch ne? Noch ne Chess. What the hell? Ist ja immer... Was haben wir hier? Johnny. Oh, ein Eisen. Ähm... Splash portion of healing. Splash portion of healing. Ähm... Nehmen wir auch mit. Nehmen wir auch mit. Los. Äh, die Schaufel brauchen wir nicht. Ähm... Ja, die Bowl brauchen wir auch nicht. Ist ja vielleicht noch ne Kiste. Nö. Ja. Ach ne, das war ein crafting table. So. Sehr geil. Ja, doch noch zwei. Und hier oben war glaube ich... War glaube ich... Auch noch irgendwo ne Chess. Äh, da komme ich noch nicht dran. Aber... Wir machen jetzt kurz nen Gold Apfel. Apfel, Apfel, Apfel. Jawoll. Nein, warte mal. Lass mal Platz machen. Karotschen. Karotschen, warte mal. Karotschen pflanzen wir gleich an. Sonst vergesst man das. So. Äh... Bam, 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 bam. Ähm, das kommt woanders hin. Koggens. So, jetzt äh... Apfel. Apfel. Ich glaube, den muss man mit Nuggets umrunden. Oder auch nicht. Mit Nuggets. Ah, aber warte, 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 warte. Wir brauchen kein... Ähm... Wir brauchen kein... Äh... Äh... Wir brauchen erst den Enchanter, dann können wir den Overkill machen. Obsidianus muss man bauen. Ähm... Ja... Bogen. Bogen können wir nicht machen. Aber, aber wir haben, wir haben ein bisschen was erreicht. Nichts. Ähm... Gold, Ingels. Emeralds. Wo haben wir denn? Emeralds. Hier. Doch, die falsche Geste. Nein, nicht den Apfel. So. Äh... So, eine sehr erfolgreiche, äh, Folge, würde ich mal behaupten. So, in der Palette kommen wir da rein. Brauchen wir nachher auch noch, um das Endportal fertig zu machen. Die Horse Armor kommt auch hier rein. Wir gucken jetzt nochmal, ob wir hier irgendwo an was rankommen. Aber es sieht nicht so aus. Wir brauchen noch ein Achievement. Boah, das Mal habe ich es nicht kaputt gemacht. Ein Achievement brauchen wir. Und ich bedanke mich jetzt für diese Folge Minecraft, äh, Captive. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, Minecraft.